Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dann sind wir in der Nähe der Cheerleaders in der Trojan Marching Band mit Trummajors Sam Cullian, Tina Green, Megan Honigann, Ashley Pearl. Ladies and gentlemen, Franchise Student Scholar Trojan Marching Band. Scholar Trojan Marching Band. Das ist ein gutes Geheimssystem in der Zwischenzeit. Das ist ein gutes Geheimnis der Zwischenzeit. Schauş muss Kürgen Kürzen zerstört werden, als sie sie in die Mitte des Zwischenzeit. Dann sind wir seit einer Zwischenzeitkirche und die Zwischenzeit, Und jetzt bitte willkommen unsere Freunde und Freunde von Blackboard High School. Und jetzt hören wir uns an. Das war der Osteon. Das war's. Auf den Weg! Auf den Feed-Trojan-Fans. Es ist Zeit für YOUR North Highschool Song! Applaus 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 Herr Scott Kasich, Athletic Director, Denise Cavanaugh, the coaches, athletes, and coaching boosters of Downers Grove. Please send a warm welcome to all of the Seahawks fans and a special warm welcome to the coaches, players, and fans from Lockport High School. In a few minutes, we'll introduce the teams for the Seahawks games. However, before we do, would you please stand, remove your hats, and direct your attention to the American flag at the northeast corner of the field for the presentation of our flag honoring this great nation and those who have and are now serving in our armed forces. Please stand while drum maker Tina Green directs the band in the playing of our national anthem. this series will continue from seep group This is the one is the Bade Hufti pelos Thank King Hamilton We hope we shall make a choice to be part of our country but Lorda them those who are here to act for which is transmittedly massive nations So thank you to Rae and Terri and your applause for the presentation first But he helped us through the history of Central Night Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 untertitelung des ZDF, 2020 Let's talk to them to the field. Let's talk to them. Let's talk to them.